Hallo und herzlich Willkommen zu Part 53 von Modern Skyblock 3. Ja, wie man sieht, hier hat sich etwas verändert. Hier stand ja diese wunderbare tolle große Barrelwand und wir haben ein wenig umgebaut, vor allem diese Maschine, die das ganze produziert hat, mit den Ohrwashern drin und so weiter. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, es wird Zeit, dass diese Masse an Barrels wegkommt und haben die jetzt vernichtet. Wie das Ding funktioniert und warum jetzt nur noch Ressourcen rauskommen, die wir wirklich brauchen, das zeige ich dann später. Jetzt aber erstmal zu den Sachen, die in der Barrelwand waren, vor allen Dingen ja zum Beispiel die ganzen Dusts, die da drin waren. Die sind jetzt größtenteils bis auf das Barrel und das Barrel tatsächlich durch. Da sind verschiedene Dusts mit dabei gewesen, vor allen Dingen Sachen, die wir bereits hatten, aber auch eine Sache, die steht noch hier hinten, die wir noch nicht hatten, die wir nämlich nicht bekommen konnten durch Galacticraft, weil das hatte ich ja nicht wirklich gemacht. Aber diese Ressource brauchen wir tatsächlich später. Wenn wir hier mal auf die Usage gehen und dann die Blockform tatsächlich angucken, die wird in einem Neutron-Kompressor tatsächlich gebraucht und das brauchen wir später definitiv, das weiß ich. Allerdings können wir die Ressource eben nicht nur durch den Ohrwasher bekommen, so wie wir es die ganze Zeit bekommen haben, wobei ich jetzt gerade suche, wo das Ganze ist. Ich glaube, das war der Dust, den wir genau aus Stone Dust gewaschen haben. So haben wir das Ganze bekommen. Allerdings kriegen wir das Ganze auch über einen anderen Weg, nämlich, na, ach so, ich sollte es vielleicht richtig machen, dann sehe ich es auch, nämlich über einen Kondenser tatsächlich mit Motorrock Iron, Alchemical Ordust. Geht allerdings nur, wenn wir bereits das Iron haben. Das heißt, ja, wichtige Ressource sollten wir aufheben, aber wir können es auf jeden Fall mehr machen mit dem Setup, was wir da oben haben, kein Problem. So, dann übrigens, da sind jetzt noch geblieben Kupfer. Ich hatte mir gedacht, naja, jagt man hier durch eine Elite Smelting Factory, habe ich mal kurz aufgesetzt, hinten dran, in der Chest, direkt in die MI-System und damit ins Barrel rein, aber ja, es dauert und dann habe ich mir überlegt, ich könnte noch was anderes aufsetzen und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir eine Smelting Factory haben, die wir sehr selten benutzen, die aber recht schnell ist. Wenn man jetzt mal hier reinguckt, was hier durchgejagt wird, das ist schon Wahnsinn und deswegen wollte ich das einfach auch mal zeigen. Also hier geht das Zeug recht schnell durch und kommt dann hier hinten als Blockform raus, deswegen habe ich hier auch das Ingetcast noch, allerdings rein theoretisch könnte man es noch ein bisschen schneller machen und mit anderen Conduits, aber naja, gut, es ist okay, es geht schnell genug. So, dann kommt hier das Zink rein als Blockform, das wird dann einmal hier mit einem Crafter tatsächlich von RF Tools, haben wir ja zum Glück mittlerweile, der ist ganz praktisch, weil ich den auf Fast Mode stellen kann, wobei der auch im Slow Mode wahrscheinlich noch ausreichend schnell das Ganze macht, ja, würde er sogar, aber ich hatte hier einen Haufen Blöcke drin und dann war der Fast Mode schon nicht verkehrt, der konvertiert mir das wieder zu Ingets und dann geht das Ganze wieder in die Ender Chests, um dann hier reinzukommen. Das heißt, ja, so konvertiere ich jetzt die ganzen Dusts alle zurück in ihre Ingetform, das ist ganz praktisch. Da haben wir jetzt dann, ja, ein bisschen mehr Zeug wieder, ohne dass ich jetzt tatsächlich hier hinten was machen musste. Naja, egal. Funktioniert auf jeden Fall. So, dann das Ding hier will ich auf jeden Fall mal kurz zeigen. Die Chunk-Lade-Geschichte sollte jetzt eigentlich ganz gut funktionieren. Hoffe ich zumindest. Also, es sah mal ganz gut aus, aber ich werde es sehen. Wenn ich dann wieder rauskomme und es leckt furchtbar, dann weiß ich, okay, funktioniert doch nicht so gut. Naja, hier drin ruckelt es ein wenig. Das hier ist jetzt im Moment eine Sache, die wir auch so nicht stehen lassen werden. Die wird wahrscheinlich einfach wieder abgerissen und durch Chickens ersetzt, weil wir brauchen es nicht wirklich. Es war ja noch so eine Fun-Aktion, die wir mal ausprobieren wollten, mehr oder weniger, um zu gucken, ob man ja noch recht schnell Ressourcen bekommen kann, die man eben möchte. Allerdings produzieren wir so viele in Unmengen, äh, Dings, dass wir hier sogar auch weuten müssen. Also, ähm, Dirty Serto Squads und Lapis Lazuli wird einfach geweutet. Das ist zu viel, was produziert wird in einer zu hohen Geschwindigkeit. Das ist Wahnsinn. Und, äh, Diamond Emeralds und so diese Sachen, die dann wirklich wertvoll sind, ja, die können wir über Chickens, denke ich, genauso schnell auch fabrizieren und brauchen dann nicht so ein riesengroßes System dahinter, was ewig viele Ressourcen vom Server frisst. Weil das ist hier das große Problem. Es ist zwar wirklich sehr, sehr schnell, aber es frisst einfach total viele Ressourcen. Aber prinzipiell einfach mal zum zeigen, damit man, äh, mal weiß, wie man sowas richtig schnell machen kann. Wir haben jetzt hier die Compressed Rock Crusher tatsächlich. Die verbrauchen auch nur normalen Stein. Man kann auch, äh, Compressed, äh, Compressed, ähm, Stone reinmachen, aber normaler Stein geht auch. Und die produzieren eine Shit-Tonne an Ressourcen. Und das halt sehr, sehr schnell. Da kommt keine Gondold wirklich hinterher. Deswegen haben wir hier jetzt ein anderes Setup. Ich meine, Gutstein kommt natürlich hier durch, ähm, Pink rein. Das kommt von hier oben. Ähm, aber hinten dran sieht man schon, hier sind überall Importbusse vom MI-System. Das ist natürlich hier ein kleines Subnetzwerk, ist klar. Aber, ja, mit Importbussen geht das Ganze vor sich. Das, äh, geht dann hier in den Controller. Und wir haben hier im Prinzip nur zwei Storage-Busse. Und, ähm, ähm, ja, halt eine Trash-Chest mit Storage-Bus dran. Und dadurch filtert sich das Ganze. Das heißt, ja, an jeder einzelnen Stelle wird importiert. Und die Importbusse werden, oder sind zwar am Anfang recht langsamer, aber wenn die Maschine tatsächlich mal angelaufen ist und das MI-System sozusagen warm gelaufen ist, dann ist das echt fucking schnell. Und, ja, es kommen dann sehr, sehr viele Ressourcen rein. Also, man sieht ja hier, so Diamonds, ähm, klettern ja hier schon recht schnell hoch. Aber wenn man in die Ender-Chests draußen guckt, dann sieht man, wie schnell da Ressourcen ankommen. Ich kann rein theoretisch mal den Importbusse für die Ender-Chests einfach mal ausmachen. Und dann sieht man das. Das ist schon Wahnsinn. So, dann die Sachen natürlich. Wir haben uns jetzt nur noch beschränkt auf Sachen, die wirklich wichtig sind. Wobei das hier jetzt auch, naja, gut, es kommt nicht so viel rein. Deswegen ist es nicht so wichtig. Eigentlich, vor allen Dingen, habe ich es mal gemacht wegen Kohle. Oder haben wir es gemacht wegen Kohle, weil ich davon mehr haben wollte. Aber, ja, das kommt sehr selten. Also, Kohle ist schon sehr selten. Naja. Hier unten haben wir dann, ja, ein sehr interessantes Setup tatsächlich. Wir brauchten hier ein paar mehr Outputs, damit die Conduits hinterher kommen. Aber es funktioniert tatsächlich. Und, ja, die Rock Cleaner gibt es tatsächlich nicht in der Compressed-Variante. Dazu müssten wir rein theoretisch updaten. Da sollte das dann, glaube ich, mit drin sein. Weil hier in dieser Version ist es noch Work in Progress. Also noch nicht fertiggestellt. Und, äh, dementsprechend sind die halt sehr, sehr, sehr langsam. Aber, ja, für diese Sachen reicht es tatsächlich aus. Diese Reihe hier komplett, ähm, beziehungsweise, lass mich nicht lügen, doch, nur diese Reihe komplett ist, ähm, Dirty Surtus-Quads. Und diese drei Reihen, und das ist das Heftige, ist Labis Lazuli tatsächlich. Es kommt einfach nicht hinterher. Es ist der Wahnsinn. Da kommen so Unmengen an Ressourcen ran. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Und, ja, Kohle hier, hm, naja, nicht wirklich. Hier, Dirty Chaos kommt ja ab und zu mal. Und das dürfte, glaube ich, Emerald sein. Und das Diamond? Jawohl. Und hier reichen drei tatsächlich aus, um das zu machen. Die sind dauerhaft am Laufen. Zumindest die zwei hindern. Der eine da ab und zu mal noch mit dazu. Es ist Wahnsinn. Naja. Das dann hier zu dem Inneren der Maschine, wie wir das mal schneller gemacht haben, verbraucht aber auch ein bisschen RF pro Tick. Also, ja, ist auch nicht gerade RF-schonend. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, doch eher die Ressourcen vom Server, weil das laggt brutal in der Maschine. Und das hat halt seinen Grund. Das MI-System ist da richtig am Rechnen. So, dann diese Kiste hier. Man sieht so ein bisschen, was da reinkommt. Ich glaube, ich mache jetzt einfach nochmal gerade den Import davon weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war hier unten irgendwo. Jawohl. Da müsste ich jetzt gerade mal das Kabel brechen. So, und dann kann man mal gucken. Naja, hier kann man es nicht gucken, wie schnell da tatsächlich Ressourcen kommen. Also, Lapis Lazuli ist wirklich Wahnsinn, in was für Geschwindigkeiten das da ausgekotzt wird. Man sieht schon, es ist recht voll da drin. Und ich mache es jetzt auch mal schnell wieder an, bevor es überläuft. Aber, ja. Das ist schon irre. Da war jetzt Missing Channel. Na komm. Jetzt online. Jawohl. Dann dürfte die Kiste auch, ja, wieder recht schnell geleert werden. Naja, ist übertrieben. Das ist einfach zu schnell. Das ist das Problem. Das heißt, wenn die Kiste einmal voll ist, das M-I-System schafft es nicht mehr, sie leer zu räumen. So, jetzt aber. Weil das einfach zu schnell kommt. Das ist Wahnsinn. Ich finde es faszinierend. So, dann hätten wir das. Das war jetzt so das Zeug, was wir Offscreen gemacht haben. Vor allen Dingen halt wichtig, mal das da wegzubekommen. Und, ja, ich werde jetzt gerade noch die Sachen hier, ja, fertig machen, weiß ich nicht. Aber vor allen Dingen mal Sachen für Advanced Calculations vorbereiten, wie hier zum Beispiel mal gucken, was wir da an Rezepten alles brauchen. Das mal ins M-I-System eintragen, denke ich. Mal gucken. Und, ja, dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut wieder, wenn ich das ein bisschen vorbereitet habe, dass wir das doch dann recht zügig auch durchbekommen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder nach einem kurzen Cut. Naja, gut, es ist mal wieder ein bisschen mehr Zeit vergangen. Das Kupfer ist mittlerweile auch durch. Und hier muss ich ein bisschen was anderes machen. Hier steht nämlich so ein Drawer zwischendrin mit dem Conversion-Upgrade, damit ich eben hier auch die richtige Version von Kupfer rausbekomme. Denn hier bekomme ich, ja, von Factory Tech das Kupfer und nicht das von Thermal, was ich in den Barrels habe. Und das ist natürlich schlecht. Damit dann hier Kupfer rein, das Ganze gelockt, wie man sieht. Und, ja, dann passt das Ganze. Den Drawer hatte ich sowieso schon rumstehen. Der stand die ganze Zeit hier jetzt, wo die Lücke ist, um dann entsprechend mal was konvertieren zu können, falls ich da mal Probleme habe. Aber, ja, so funktioniert das Ganze natürlich dann auch, um da kurz reinzupumpen und auf der anderen Seite wieder auszuziehen. Der kommt natürlich dann wieder weg. So, aber dann jetzt zu den Quests. Ich habe ja gesagt, da bereite ich mal ein bisschen was vor von Advanced Calculations und das habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt noch keine Quests gemacht, aber zumindest die Sachen angelernt, die man denn so braucht von Advanced Calculations, beziehungsweise Advanced Calculations heißt es ja gar nicht, sondern es heißt Calculators. Das ist ja nur das Quest-Ding, was so heißt. Wie heißt es? Calculators. So, sind jetzt im Moment nur drei Sachen tatsächlich, weil für die meisten Rezepte Sachen gebraucht werden, die dann wiederum in den Taschenrechnern gecraftet werden müssen. Vor allen Dingen solche Sachen wie Enriched Gold, beziehungsweise das Rainforced Iron, beziehungsweise Rainforced Stone. Und, ja, die wollte ich jetzt noch nicht machen, aber die werden natürlich auch ins Autocrafting-System eingearbeitet. Ich muss nur mal gucken, wie das Ganze geht. Das wird noch lustig, aber ich denke, es sollte nicht unbedingt das große Problem sein, weil es gibt dafür auf jeden Fall extra Sachen, womit man das machen kann. Denn so ein Taschenrechner ist ein Handhold-Device, also normalerweise kann das nur ein Spieler benutzen, aber es gibt eine Docking-Station und damit müsste es funktionieren. Allerdings soll die Sideness von dieser Maschine ein bisschen komisch sein, aber gut, das werde ich dann herausfinden. So, dann noch eine Sache zu den Dingern hier. Wir brauchen ja für Calculators hier Tansanite, beziehungsweise Amethysts, und die bekommen wir auch durch Silent Gems. Allerdings ist das natürlich eine andere Version, wie man sieht. Und um die jetzt zu Large Tansanite zum Beispiel zu craften, kann man das so machen, aber normalerweise bekommt man eben dann den Block von Silent Gems raus. Logischerweise macht ja auch irgendwo Sinn, aber wenn man eben dann das Large Tansanite von Calculators haben möchte, kann man das hier an einer Worktable machen. Damit kann man die Rezepte durchgehen, gibt es mehrere, dann ist das eben so möglich. Und wenn man dann hier entsprechend reinlegt, kann man das auch craften. Und es wird sogar auch gespeichert, was man da drin gemacht hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reinlege und nehme da einmal was raus, ist das im Speicher drin und ich kann das jederzeit wieder hervorrufen, indem ich einmal draufklicke und dann habe ich das Ganze wieder. Sehr praktisch, der Worktable, wenn man da mal Rezeptkonflikte hat. Ich bin mir zwar nicht sicher, inwieweit ich das verwenden werde, aber es ist ganz praktisch zu wissen, dass es geht. Und so, die hier kommen erst mal wieder zurück. Naja, egal, ich lege es jetzt hier unten rein, weil bis ich das jetzt gefunden habe, dauert ein wenig. Und, das ist mir gerade noch aufgefallen, das haben wir zwischenzeitlich auch mal gemacht, denn, ja, die Steinproduktion kam nicht mehr ganz so hinterher. Und damit wir nicht plötzlich keinen Stein mehr haben, habe ich mal geguckt, was noch Stein produzieren kann. Und der Igneos Extruder kann das tatsächlich sehr, sehr gut, wie man sieht. Der hat jetzt hier nur Lava drin, mehr braucht der auch gar nicht, denn der hat ein, hier ist es, Augment mit drin, das, ja, ihn spezialisiert, dass er kein Wasser braucht. Sehr praktisch. Dementsprechend muss auch nichts drin sein. Und natürlich ein paar Speed-Upgrades. Damit ist der wirklich sehr, sehr schnell und der wird dann demnächst unsere Steinproduktion komplett ersetzen, weil der ist einfach besser in dem Fall. Genau, so, dann beschäftigen wir uns mal endlich mit Calculators. Wir brauchen, um die erste Quest zu machen, eine Calculator-Assembly und einen Calculator. Sollte alles kein Problem sein. Calculator-Assembly. Na, im i-System, was brauchst du so lange, um das zu berechnen? Sollte eigentlich nochmal kein Problem sein, sind nämlich ganz einfache Sachen. Damit müsste, ach so, ja, keine Quest komplett sein, weil das sind ja zwei Sachen, die ich brauche. Und dann brauche ich noch den Taschenrechner und der Taschenrechner selber braucht nochmal Buttons beziehungsweise ein Calculator-Screen. Tatsächlich sollte aber auch kein Problem sein. Nur weiß ich gerade wirklich nicht, warum der Server so leckt. Sollte das noch mehr Probleme machen, muss ich da mal nachgucken. So, ein paar Buttons im System habe ich, glaube ich, auch nicht. Deswegen mache ich einfach mal ein paar und dann sollte ich alles haben, um den Calculator zu machen. So, der braucht natürlich RF, da RF jetzt nicht unbedingt das Problem ist, weil ich ja hier was habe, was mich auflädt, ist der dann auch gleich voll, dann können wir ihn auch gleich benutzen. So, damit haben wir diese Quest und damit können wir dann tatsächlich ein paar mehr Sachen machen, wie zum Beispiel den nächsten Calculator, den Scientific Calculator beziehungsweise den Atomic Calculator, der allerdings schon ein Block ist tatsächlich. Das heißt, den kann man direkt so benutzen als Autocrafting und den Stone Separator, der auch sehr wichtig wird. Beziehungsweise, oh, Docking Station wird hier sogar vorgeschlagen. Cool. Ja, always allows to automate Calculators. Ja, gut, das macht natürlich Sinn. Das war auch das, was ich bereits wusste, aber ja, so wird es nochmal erklärt. Sehr gut. So, um einen Calculator zu benutzen, einmal ins Nichts klicken. Wenn ich jetzt irgendwo einen Block in der Nähe habe, geht das leider nicht. Das ist ein bisschen toff gemacht. Dann habe ich jetzt hier in dem normalen Calculator habe ich die Plus-Operation. Da kann ich dann verschiedene Sachen miteinander kombinieren, wie zum Beispiel ein Stack Cobblestone mit Wood. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vier Cobblestone zu einem Wood oder so war das. Nee, komplett. Damit habe ich dann schon mal vier Stacks Rainforest Stone. Sehr wichtig. Und das ist auch eine Sache, die auf jeden Fall automatisiert werden muss. Warum wird das jetzt hier nicht mehr angezeigt? Ist das von einem anderen Mod? Tatsächlich? Anscheinend ist es von einem anderen Mod. Naja, wir machen einfach nochmal einen Stack, dann achte ich mal drauf. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich auch von Calculators ist. Okay. Nein, das ist vom Core-Mod. Okay. Sonar Core. Gut. Auch gut. Macht nichts. Deswegen wird es hier nicht angezeigt. Ist aber nicht schlimm. Es ist, glaube ich, der gleiche Mod. Sonar Core ist, glaube ich, der Core-Mod von Calculators. Also von daher, ja, passt. So, dann Eisen. Dafür brauche ich, glaube ich, den Frame for Stone, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, genau. Ja. Beziehungsweise, man kann es natürlich auch mit Eisen Erz machen. Im Stone Separator. Deswegen ist er so praktisch. Allerdings, ja, Eisen Erz, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber, da kommen wir dann auch noch dazu. Und das Gold an sich, dafür braucht man dann das Enriched Gold. Das müsste dann wiederum Gold und Redstone sein. Das heißt, auch davon werden wir mal schnell einen Stack machen. Dann haben wir nämlich vier Stacks insgesamt. Und davon hauen wir jetzt einfach mal, ja, drei Stacks da durch. Und einen Stack Pulver behalten wir mal, weil auch das wird für Crafting-Rezepte tatsächlich verwendet. von daher ganz praktisch so. Rainforest Stone beziehungsweise Add Core. Dann finden wir das Zeug auch. Davon machen wir mal, ja, vier Stacks würde ich sagen. Ist ganz passabel für den Anfang. Denn das Zeug werden wir, ja, ein bisschen mehr brauchen. Rainforest Iron wird da sehr viel gebraucht. Und damit ich jetzt nicht am Anfang da ständig wieder den Taschenrechner zücken muss, ist das ganz angebracht, wenn man da einfach mal eine gewisse Menge von macht. Und dann hat sich das auch erst mal erledigt, für den Anfang zumindest. Wie gesagt, die Sachen will ich ja dann auch automatisieren. So, das Gold noch. Einmal hier raus und dann ist das auch gut. Wunderbar. Dann schauen wir mal noch mal Quest-mäßig. Sinnvoll ist auf jeden Fall die Docking Station beziehungsweise den Scientific Calculator. Die werde ich jetzt beide mal kurz machen. Das heißt Add Calculators. So. Und dann schauen wir mal gerade, was braucht denn der Calculator beziehungsweise gut, den Screen. Den wird er auf jeden Fall brauchen. Das weiß ich. Jeder Taschenrechner braucht einen Screen Crafting Calculator. Hätten wir auch. Das brauchen wir allerdings nicht. Und zweimal die Buttons bitte. Warum braucht das im E-System so lange für sowas? Verstehe ich nicht. So schwer ist das Rezept doch gar nicht. So. Damit hätten wir den. Und dann brauchen wir die Docking Station. Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Wo ist sie? Da oben stimmt. Da war sie ja. Dafür brauchen wir den Power Cube und zwei davon. Das heißt, hiervon machen wir gleich mal vier Stück. Weil ich möchte ja dann zwei Docking Stations haben. Für jeden von den Taschenrechnern eine. Und zwei Power Cubes. die sind auch recht einfach zu machen. Es ist nur ein Ofen mit Cobble Stone außen herum. Ganz, ganz simpel. Aber ja. Wichtig. So. Und dann schauen wir uns mal die Docking Station an. Da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Wo machen wir das Ganze hin? Ich denke, am sinnvollsten ist es auf jeden Fall hier unten irgendwo hin zu machen. Kanäle habe ich ja, so ziemlich überall welche. Aber ich denke, hier bietet sich das eigentlich an. Auf dem Kabel habe ich jetzt nur einen einzigen Kanal. Und hier habe ich 13 insgesamt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier dann mich da anbinden. Später kommt es dann woanders hin. Wahrscheinlich da unten irgendwo. Aber dass ich mal freie Fläche habe, um damit zu spielen, mache ich das Ganze mal hier hin. So. So funktioniert das Ganze dann. Docking Station. Wenn ich den Taschenrechner drauf habe, habe ich auch meinen Calculator da drin. Kann da F reinpumpen. Das sollte dann ziemlich egal sein von wo. Und ja, grün ist Input, rot ist Output. Das zeigt er mir schon mal an. Also die Seiten sind jetzt alle grün. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt defaultmäßig von unten tatsächlich den Output hat. Oder ob man das dann mit dem Ranch machen muss. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ähm, ja. Das ist kein Calculator. Das ist mir bewusst. Den kann ich da nicht reinmachen, aber dich. Und dann schauen wir uns das Ding mal von unten an. Nein, nicht wirklich. Aber gut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Ranch von Calculators, damit wir die Seiten entsprechend einstellen können. Und ich hoffe mal, dass er dann so schlau ist, dass wenn ich zwei unterschiedliche Sachen auf einem Input reingebe, dass er das auf die zwei Dinger verteilt und dass ich nicht von zwei Seiten irgendwie dranem muss. Das ist nämlich am geschicktesten. Aber zwei Seiten brauche ich auf jeden Fall. Vielleicht kann ich aber noch von unten rauspumpen. Na gut, das werde ich dann sehen. Das probiere ich dann aber mal offscreen aus, sonst wird das ein bisschen äh, ja, langwierig. So, dann, ähm, Atomic Assembler beziehungsweise, äh, ja, Atomic Assembly beziehungsweise, äh, Atomic Calculator. Gut. Das sind natürlich auch Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Atomic, äh, Calculator ist sehr wichtig, weil man damit noch viel mehr machen kann an Crafting-Rezepten. Man sollte eigentlich sowieso erstmal alle Taschenrechner machen, die so zur Verfügung stehen. Wenn ich ihn finde, Separator, das ist nur der Separator davon. Oder ist der schon auf der zweiten Seite? Nö, müsste eigentlich hier mit dabei sein. Der ist doch recht auffällig. Warum sehe ich den nicht? Oder ist der von einem anderen Mod? Ah, nee, der ist nur nicht so grün wie sein Freund. Ähm, okay. Das heißt, das Ding erstmal, okay, dafür brauchen wir das, dafür brauchen wir Tenzanite. Okay, gut, das heißt, da gucken wir auch erstmal nach, wie man Tenzanite macht, denn ich möchte ganz gerne das Tenzanite verwenden, das wir nicht bereits haben, sondern was wir bekommen können. Bekommen wir aus Lapis Lazuli, also kein Problem und dafür brauchen wir den Separator, genau. Ich wusste doch, für irgendwas brauchen wir den. So, dafür brauchen wir den Stone Separator und den sollten wir mal kurz einlernen. und dann kommt der da irgendwo unten mit dazu. Ich glaube, unten habe ich noch ein bisschen was frei, da sind noch ein paar Plätze. Machen wir erstmal voll. So, Atomic Separator braucht an sich dann nur noch die Rainforest ein Blöcke tatsächlich und dann müsste er alles haben, was man so braucht. bei so vielen Rezepten ist das schon echt schwierig das Ende zu finden. Du und damit habe ich auch dieses Rezept. Der wird vielleicht noch häufiger gebraucht. Mal schauen, wenn nicht so ein Rezept nimmt jetzt auch nicht so viel Platz weg. Und warum braucht der so lange? Das verstehe ich nicht. Naja gut, wenigstens beim Craften ist er schnell, das geht dann also schon mal. So, Atomic Separator habe ich dann. Energie habe ich immer hier oben, das ist ganz praktisch und da kann ich jetzt dann Lapis Lazuli reinschmeißen und dann produziert er mir das, beziehungsweise dann ist die Frage, was kann ich mit dem Ding alles machen? Kann ich mir die Rezepte, ja so kann ich mir die Rezepte anzeigen lassen. Ich kann Lach-Tensinate direkt machen, das kann ich aber nicht zurückkonvertieren, das ist das Doofe in dem Fall. Das heißt Tensinate so, komme ich nur von Lapis, das heißt, es ist recht sinnvoll, hier Lapis direkt zu nehmen, das heißt, wir hauen hier einfach mal ein Stack Lapis da rein und dann kriegen wir das hin. Sollte man sollte man natürlich jetzt ja, Large-Tensinate gebrauchen können, macht es trotzdem Sinn, Lapis Lazuli so durchzuhauen, denn man bekommt, wenn man jetzt mal genau guckt, ja aus neun Stück ein Large-Tensinate, aus neun Lapis bekommt man natürlich auch ein Lapis-Block und dann bekommt man hier ein Large-Tensinate aus, allerdings nicht neun Tensinate-Charts und aus neun Tensinate-Charts kriege ich wiederum Tensinate, also von daher habe ich im Endeffekt mehr aus einem Lapis raus, als wenn ich es vorher in Blöcke mache, es geht natürlich schneller, von daher, ja ist das auch hier ein Faktor, den man da bedenken muss, aber so bekommt man eben aus seinem Lapis mehr raus, falls man nicht genug Lapis hat, was jetzt nicht unbedingt bei uns ein Problem ist, aber gut. So, dann haben wir den, dann ist noch die andere Frage, nämlich, dass, ach so, den Stone Separator sollte ich vielleicht auch mal kurz noch ins Inventar nehmen, ja, habe ich vergessen, weil der ja nur Crafting-Schritt da drin ist, ach, jetzt hat er dann, und damit auch den hier, jetzt ist noch die Frage, wie man das andere hinbekommt, nämlich das Amethyst, da müssen wir mal gerade gucken, wenn ich mir selber nicht mehr ganz sicher, aber das kriegt man über den Stone Separator, genau, auch über Lapis Lazuli, allerdings braucht man hier Blöcke und bekommt dann Large Amethyst, ne, das müsste auch die kleinere Variante im Stone Separator geben mit Lapis, genau, da ist es das gleiche, nur ist ein anderer Block, das heißt, auch den stellen wir mal auf und lassen da mal einen Stack Lapis durcharbeiten, gerade sagen, weil es ist nämlich die identischen Rezepte, nur halt ein anderer Block, ja, ist etwas komisch gemacht, aber funktioniert auf jeden Fall, gut, ähm, dann, ja, beschäftige ich mich jetzt mal kurz mit der Docking Station, setze das mal ein bisschen auf, dass wir da in die Richtung auch noch Autocrafting haben, lerne noch ein paar andere Rezepte ein, ähm, und dann sehen wir uns gleich wieder, ja, wenn wir dann hier in den Quests weitermachen, beziehungsweise ich dann, ja, den Atomic Calculator habe, also, bis gleich. So, da bin ich wieder und wie man sieht, Docking Station mit Calculators ist automatisiert, ich habe das Ganze jetzt, äh, so gemacht, ich denke, das sieht ganz einigermaßen gut aus, ähm, ja, die Dinger sind wirklich sehr speziell, man kann in den Seiten jeweils reinpumpen, für den und den Slot hier, das heißt, das funktioniert schon mal vorne, hinten und unten kann man dann jeweils rauspumpen, wie man möchte, beliebig, aber, ja, das ist eben nicht wirklich, ähm, konfigurierbar, dass man nur von einer Seite zum Beispiel reinpumpt, ist ein bisschen ungünstig, geht aber, ich habe das jetzt hier mit entsprechenden Kanälen gemacht und, äh, ja, hier unten raus, da geht es dann wieder raus und in der Mitte irgendwo ins Interface wieder rein, da passt das Ganze, die Dinge habe ich mal entsprechend benannt, wie die Calculators, die da drin sind, das heißt, hier drüben haben wir ja den Scientific Calculator und hier den normalen Calculator und, äh, dementsprechend sind auch jetzt schon ein paar Rezepte, zumindest hier drin, für den Scientific hatten wir ja noch keine Rezepte, aber auch die werden noch kommen, Energie bekommt er dann natürlich mal wieder durch dieses Ding und, äh, damit sollte das Ganze dann funktionieren. Die Dinger hier oben habe ich jetzt auch mal dazu gesetzt, allerdings, ähm, funktioniert das leider nicht ganz so, wie ich mir gedacht habe. Von hinten mit dem Interface rein geht schon mal sehr gut, allerdings das mit dem Raus wird etwas problematisch, ähm, ja, weder unten Seite noch oben funktioniert, auch vorne und hinten wird ganz sicher nicht funktionieren, das habe ich jetzt nur nicht ausprobiert, aber, wenn diese Sachen schon nicht gehen, warum sollte denn was anderes? Allerdings ist mir aufgefallen, dass man hier, ähm, ja, Upgrades reinmachen kann, unter anderem eben das Transfer-Upgrade und ich hoffe, dass es damit entweder automatisch Sachen rausdrücken kann oder dass man es dann zumindest mit einer Pipe rausholen kann, werde ich dann aber sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Weg gibt, diese Dinger zu automatisieren und wenn man sie auf eine Dockingstation stellen muss, wo bin ich mir da auch nicht ganz sicher bin. Eigentlich sollte es ja auch so gehen, aber gut, werde ich auch noch herausfinden. So, ansonsten habe ich dann natürlich noch ein paar mehr Rezepte beigebracht, das heißt, wir haben jetzt hier die ganzen, ähm, Assemblies, die wir so brauchen und, äh, damit dann auch die Möglichkeit, den Atomic Calculator zu haben und ich glaube, das Questbuch müsste das Ding schon haben, nein, hat es nicht, nicht, das heißt, nehmen wir mal gerade ins Inventar, detekten das, damit das auch dann erledigt ist, sonst wird das ein bisschen doof. So, Atomic Calculator, wunderbar, damit ist auch der gemacht, da kann man jetzt mal kurz noch reingucken, was der machen kann, der hat einfach drei Slots mit Plus, ja, wird gebraucht, ist wichtig, auch den werde ich dann da unten noch mit dazu setzen und, äh, ja, dann mal schauen, ich hoffe, das funktioniert bei dem dann ähnlich, wahrscheinlich mit, ähm, Transfer Upgrade oder der muss auf die Docking Station, das werde ich sehen. Na gut, das werde ich dann mal zwischen den Folgen noch machen, die Sachen da noch automatisieren, dass auch das dann funktioniert, dass wir alles Auto-Craften können und, äh, dann werden wir uns beim nächsten Mal dann mit der, äh, Circuit-Produktion, ähm, beschäftigen, denn da gibt es ja viele, viele Circuits, die wir nutzen können, die wir machen können und, äh, ja, dafür brauchen wir dann hier so eine Storage Chamber zum Beispiel und, äh, ja, da werde ich auch schon mal einiges vorbereiten, dass wir die ganzen Sachen dann haben und hier die gesamte Produktionslinie sollte alles, ja, im Rahmen des Machbaren sein, sollte alles nicht wirklich teuer sein, werde ich dann aber sehen. Gut, dann, wie gesagt, war es das von dem Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann! Bis dann!